Hallo zum Update-Video im Monat November. Bei Google ist im Interface und an den Funktionen nicht wirklich viel passiert im letzten Monat. Da brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Also da war jetzt wirklich nichts Spannendes dabei. Aber wo mich jetzt einige Fragen erreicht haben aus dem Kreis der Videokurskäufer, der Newsletter-Empfänger und generell auch einfach so per E-Mail und per Facebook, ist rund um das Thema Black Friday oder Black Week. Also wie kann man, wenn ihr mit euren Produkten oder Dienstleistungen eben auch in dieser Woche oder an diesem Tag Angebote macht, also besondere Angebote, da geht es ja um wirklich spezielle Rabatte und teilweise sehr hohe Rabatte, wie kann ich daran teilnehmen aus Sicht des Google Ads Kampagnenmanagements? Und da ist jetzt einmal vorausgeschickt, erstens, dass ich natürlich keine Rechtsberatung geben kann, aber euch natürlich sozusagen auf gewisse Dinge hinweise, wie ich das auch bei unseren Kunden mache. Der Begriff Black Friday wurde vor einigen Jahren von einer Firma geschützt. Also die hat sich das in Deutschland schützen lassen und insofern ist die Black Friday eine Marke, die du nicht einfach verwenden darfst ohne Erlaubnis. Das ist, weil es hat eher ein generischer Begriff, ein bisschen in diesem Jahr vom Gericht reduziert worden. Das heißt, es gab eine Teillöschung. Es gab also eine Teillöschung der Marke, aber es ist halt trotzdem immer noch eine Marke. Und wie hier der Blogartikel, den ich euch verlinke, von erecht24.de aussagt, sollte man halt immer noch sehr vorsichtig damit sein, dass man halt Black Friday wirklich als Begriff verwendet. Als Keyword verwenden dürft ihr das natürlich. Also man darf im Prinzip auf jedes beliebige Keyword, auf jede beliebige fremde Marke, darf man Anzeigen schalten. Was ihr nicht dürft, ist diese Marke dann im Anzeigentext zu verwenden. Also da empfehle ich euch, nutzt Umschreibungen, aber auf keinen Fall Black Friday in der Anzeige. Also Umschreibungen können sein, schwarzer Freitag Angebote, die Black Woche, Sonderangebote zum Novemberende oder zum November Sale oder einfach nur Sale. Also da könnt ihr kreativ werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch Black Week sagen. Black Week ist nicht geschützt. Oder Black Day, denke ich, dürfte auch nicht geschützt sein. Oder schwarzer Freitag, also einfach auf Deutsch übersetzt. Auch das kann man sicherlich verwenden. Also im Anzeigentext nicht Black Friday als Begriff verwenden. Und dann, wenn ihr auf Black Friday als Keyword bucht, dann benutzt deine Anzeige auch nicht den Keyword-Platzhalter. Weil sonst kann es passieren, dass der dann eben in der Anzeige ausgeliefert wird und natürlich dann Black Friday dort steht. Das ist dann abmahnen gefährdet. Es gibt durchaus Suchanfragen zu Keyword-Kombinationen. Also Black Friday an sich wird ein massives Suchvolumen haben. Wir können da mal bei Google Trends reingucken. Also ich glaube, da wird es schwierig, dann auch entsprechend sichtbar zu werden. Und wenn doch, dann wird das Budget ziemlich schnell weg sein. Wir machen jetzt einfach mal nur Suchvolumen in Deutschland über die letzten fünf Jahre. Und dann werden wir immer richtig krasse Ausschläge sehen zum Ende November. Immer an dem Wochenende oder an der Woche, wo dieser Black Friday liegt. Das ist ja immer der letzte Freitag im Monat November. Insofern ist das schon wirklich ziemlich stark und ziemlich krass. Wenn wir dann so um Kombinationen schauen, dann müssen wir mal hier gucken, ob hier das auftaucht, was ich euch zeigen will zufällig. Hier geht es immer sehr stark in Bezug dann auf einzelne Shops oder Marktplätze. Aber es gibt Suchvolumen nach speziellen Produktkategorien. Also zum Beispiel Black Friday Handys. Da könnt ihr durchaus, wenn ihr Handys verkauft und da ein besonderes Angebot habt zum Black Friday, spricht nichts dagegen, dass ihr diese Kombination verwendet. Das wird deutlich seltener gesucht auf Google, hat aber für die, die suchen, natürlich dann eine extreme Relevanz, wenn ihr eben zum Black Friday Angebote in der Kategorie Handys einfach veröffentlicht und anbietet. Ja, und das könnt ihr im Prinzip mit allen Kategorien, mit allen Dienstleistungen machen, dass ihr das einfach entsprechend so verwendet. Ja, und dann bietet sich natürlich immer an, wenn man ein spezielles Angebot hat, dass man das natürlich auch einfach kombiniert und kommuniziert bei den ganz normalen Suchbegriffen, auf die ihr bucht. Also bleiben wir bei dem Beispiel Handys. Wenn ihr Handys verkauft in eurem Shop, dann könnte ein Keyword sein, auf das ihr immer bucht, günstige Handys mit Vertrag. Ja, und so wie jetzt hier ein Otello.de erscheint mit seiner Anzeige, könntet ihr natürlich da jetzt auch mit eurer Anzeige erscheinen. Oder Otello könnte dann jetzt im Prinzip einfach den Anzeigentext ändern und sagen, hier, wir haben jetzt in dieser speziellen Angebotswoche zum schwarzen Freitag halt irgendwie nicht mehr das 1-Euro-Smartphone mit 50 GB LTE, sondern mit 100 GB. Also wir geben einfach mal noch was ordentlich oben drauf zum gleichen Preis oder es gibt halt irgendein Top-Smartphone, deutlich günstiger. Wie auch immer die Aktion dann aussieht, aber im Prinzip könnt ihr das schon in diesem Anzeigentext mit Titel oder in der Beschreibung entsprechend kommunizieren. Dann könnt ihr den Text natürlich, wenn ihr möchtet, auch innerhalb des Kontos kopieren. Also das könnt ihr ja im Interface machen, dass ihr sagt, okay, ich gehe jetzt in die Kampagne rein, gehe in die Anzeigengruppe und dann zu den Anzeigentexten und sage hier Häkchen bearbeiten, kopieren. Dann geht ihr in die Anzeigengruppe rein, wo es hin soll und sagt dann dort einfügen. Oder ihr macht das über einen Google Ads Editor, das ist euch jetzt sozusagen freigestellt, wie ihr das am liebsten umsetzen möchtet, aber ihr könnt ja diese Texte im Prinzip einmal schreiben in einer Anzeigengruppe und dann kopiert ihr sie überall hin. Achtet dabei aber darauf, dass es auch relevant bleibt. Also wenn ihr verschiedene Themengebiete habt und bei Handys sind es vielleicht die Netze, wenn es mit Vertrag ist oder es sind die Hersteller der Handys, dann sollte natürlich auch diese Anzeige relevant sein und einen Bezug haben zu diesem Handy und auch in der Verlinkung natürlich dorthin gehen. Also wenn ihr es kopiert, passt diesen Text sowohl vom Titel und Beschreibung als auch von der URL einfach nochmal an, sodass der wirklich dann auch relevant ist für die Keywords und auch für den Nutzer, der dann darauf klickt. Genau, das ist das eine Thema oder jetzt haben wir schon zwei Sachen. Wir haben Thema Keywords und wir haben Thema Anzeigentexte und jetzt gibt es noch, ich sage mal, ganz nette Stellen, wo man es relativ schnell auch dann immer solche Aktionen bewerben kann. Das sind zum Beispiel Side-Links. Also ihr könnt sagen, okay, ich aktiviere jetzt einfach mal über das gesamte Konto irgendwie Side-Links. Leg die also hier auf Kontoebene an und sage, das ist jetzt hier irgendwie mein Sale zum, das wird jetzt wahrscheinlich zu lang, zu viele Zeichen. Ja, ein Zeichen zu viel, dann machen wir schwarzer Freitag, Sale, so und dann in dieser Woche gibt es das Handy XY für ein statt 99 Euro. Also man könnte im Prinzip wirklich das hinzufügen und dann würde kontoweit für alle Kampagnen automatisch dieser eine Side-Link eben noch mitgeschaltet werden und habt relativ wenig Aufwand. Im Prinzip ist es nur das, ich mache jetzt hier eine neue Side-Link Erweiterung, füge sie zum Konto hinzu, speichere sie, fertig. Ja, sobald sie von Google freigegeben ist, wird sie dann auch bei euren ganz normalen Anzeigen und den Keywords, auf die ihr bucht, als Erweiterung mit ausgespielt. Ja, das ist also die eine Sache. Dann die andere Variante, die auch noch ziemlich gut ist und ziemlich gut funktioniert, ist das Thema Angebotserweiterung. Und da habe ich bisher hier noch gar keine im Konto. Denn die Angebotserweiterung ist im Prinzip genau dafür gedacht. Ich zeige euch das mal hier. Das hatten wir, glaube ich, bei dieser Suchanfrage. Genau. Otto hat hier eine Angebotserweiterung eingestellt mit 10% auf die Kategorie Wohne mit einem bestimmten Gutscheincode und einer Gültigkeit. Und ihr werdet gleich sehen, warum das im Prinzip prädestiniert ist. Denn ihr könnt hier reingehen und sagen, okay, ich möchte eine neue Angebotserweiterung erstellen. Und warum möchte ich das? Weil ich den Black Friday bewerben will. Und da seht ihr schon, und das ist dann auch rechtlich in Ordnung, wenn Google das jetzt vordefiniertes Feld macht und dann auch wirklich so ausliefert, ist das ja nicht von euch explizit ausgewählt als Black Friday Begriff, sondern das ist im Prinzip die Kategorie. Also da dürfte euch keiner abmahnen können. Also würde mich sehr verwundern, weil das ist ja hier eine Auswahl von Google und wir wählen einfach Black Friday aus. So, und sagen, wir haben ein besonderes Angebot, also zum Beispiel gibt es irgendetwas halt 100 Euro günstiger. Also machen wir vielleicht 100 Euro Rabatt auf das Samsung Galaxy S20. Ja, und verlinkt das dann zu eurem Shop. Und dann könnt ihr noch sagen, okay, ich würde es ab einem bestimmten Datum starten und ich würde es ab einem bestimmten Datum auch wieder deaktivieren. Also, dass es automatisch dann noch wieder endet, zum Beispiel dann eben nächste Woche Sonntag, da ist die Black Week dann vorbei. Dann wird dieser Erweiterungstyp, wird dann auch nicht mehr ausgeliefert. Ja, aber das ist wie gesagt eine ziemlich coole Funktion, die ihr da auch auf jeden Fall auch nutzen solltet und nutzen könntet. Genau, was gibt es noch? Ich überlege gerade Zusatzinformationen, das ist nicht so wirklich geeignet. Snippet-Erweiterung auch nicht. Nö, und der Rest, der passt. Genau, also wir haben das Thema Keywords. Also bucht ruhig auf Black Friday plus euer Produkt, eure Dienstleistung. Nutzt die Anzeigentexte, verwendet dort aber nicht Black Friday. Nutzt die Anzeigenerweiterung, also zum Beispiel den Sitelink, nutzt aber dort auch nicht Black Friday. Und nutzt die Angebotserweiterung und dort nehmt ihr diesen vorausgewählten Anlass, den Google davor schlägt, nämlich Black Friday. Ja, und fügt dann eben euer Angebot dort ein. Genau, und dann denkt dran, sobald diese Aktion ausläuft, dass ihr natürlich dann die Bewerbung auch wieder stoppt. Und genau, insofern wünsche ich euch ein, wenn ihr denn daran teilnehmt und wenn ihr Angebote macht, wünsche ich euch da viel Erfolg bei der Kampagne und bei den Angeboten. Und wenn jetzt das Weihnachtsgeschäft generell für euch auch ein sehr wichtiges ist, dann natürlich auch viel Erfolg und maximale Umsätze. Ja, insofern bin ich für diesen Monat durch und nochmal der Appell, schickt mir gerne ja im Prinzip eure Fragen zu. Im Videokurs habe ich jetzt den Teil der Zertifizierung auch hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr dort so ein Zertifikat, eine Prüfung ablegen. Bekommt von mir dann als PDF entsprechend dieses Zertifikat zugeschickt und genau, habe alles erklärt im Videokurs. Wenn ihr hier oben unter Zertifikatsprüfung dann auf Erklärung geht, dann findet ihr einmal kurz den Text. Wie funktioniert es? Wie viel muss ich erreichen? Und hier unten habe ich euch das nochmal als Video aufgenommen. Gut, dann bleibt nach wie vor gesund. Viel Erfolg und bis demnächst. Ciao!